Äh, Ivan, die hatten nicht viel zu erzählen, Mann. Okay. Also ich soll Dynamit aus der verdammten Edermine holen. Da, wo ist denn die alte? Kann ich das verdammte Haus eigentlich rein? Ach ja stimmt, ich kann ja nirgends irgendwo rein, außer... ...den Ding halt. Wo ist denn die eine eigentlich hin? Ist der noch nirgends? Ha! Hä? Ich mein, für was kann ich das anzeigen lassen, wenn's am Ende nicht angezeigt wird? Das macht doch keinen Sinn, oder? Oh, da ist die da selber rein. Ja, aber wir können uns ja das blöde Dynamit holen. Wenn ich schon dabei sind. Kann ich mir nichts davor porten? Ach, das geht! Oh, da kann ich die Erde-Dinge wieder abgreifen, oder? Die Melodie ist wie aus Sting, ey. Aus, äh... Final Fantasy A. Los aus der Bahn hier, Trottl. Lass dich mal vorbei! Alter, ich soll euch schon echt kalt machen, oder? Was ist das? Ja, ich soll euch noch mal reinlaufen, um ein bisschen Dynamit abzugreifen. Was ist das? Was ist das? Wann sie bei mir? Also, Konoli 6 muss echt dann, wenn die wieder in der Aether-Miete was sammeln wollen, echt einen Kammerjäger reinschicken. Der andere ist da vorne, ne? Warum kann ich denn bei dem anderen nicht rein? Das stört mich gerade. Was war das? Schwarzer Chip? Schwarzfrosch. Warum denn schwarzfrosch? Gummi anbeterin. Oh, ich hoffe, das Dynamit war hier unten. Was ist los? Was passiert hier? Hä? Was will denn der von mir? Ich würde mich interessieren. Ich glaube, das ist der, wo wir das letzte Mal verreckt sind, ne? Damals in der Mine. Aber was wollen die von mir jetzt? Das macht mich gerade ein bisschen skeptisch, was jetzt da abgeht. Ah, da ist das Dynamit. Aber wenn wir schon hier sind, schauen wir uns jetzt mal an, was da vorne ist. Da kann es sein, dass es abgesperrt ist. Okay, das ist schon mal wirklich abgesperrt. Ich komme doch wahrscheinlich gar nicht mehr rein, ne? Ja, sonst würde das nicht rot leuchten. Ja, scheiße. Boah, Ryan, alter. Was ist denn los? Ach so, ja, jetzt weiß ich auch, warum ich da nicht mehr rein kann. Das ist doch alles explodiert am Ende. Ja, deswegen. Ich muss doch jetzt trotzdem noch den einen sagen können, dass sei Kumpels wieder da. Ach Gott, warte. Ja, 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 ja. Der taucht wahrscheinlich bloß abends auf. Äh, frühs auf, oder? Ich der, ich vergesse immer wieder, dass ich da, ja. Dass die jetzt zu bestimmten Uhrzeiten noch mal bloß rumlatschen. Was ist das? Los, gebt mir das Dynamit, damit öffne ich euch einen sicheren Weg. Dieser führt euch zum höchsten Punkt des Wendetals. Was ist denn das Wendetal, Mann? Puh, ich habe euch den Weg freigesprengt, also ohne mich selbst in die Luft zu jagen. Ihr wollt wissen, wo ihr von euch liegt. Betreten in Wendetal, lala. Mission erfüllt. Mission accomplished. Warte mal, jetzt ist der da? Stand jetzt schon die ganze Zeit da? Nee. Ich habe meine erste Bild seit meiner Rückkehr gemalt. Warten auf die wieder Trauer hinweg. Ah ne, die ist es auch nicht. Warte mal, hier konnte ich die Uhrzeit einstellen. Zeit einstellen. Ah, was ist mit der Kleine hier? Hallo. Hallo. Die Freunde kommen und Satana besuchen. Möcht ihr euch einen Gefallen bitten? Warum geht es denn genau? Toder Nopon. Satanas Bruderpon ist beim Ecken angriff gestorben. Muss unbedingt an den Angriff gestorben. Muss unbedingt an den Angriff gestorben. Versteck vergessen, sucht ihr. Selbst suchen, aber allzu müde. Werden alles davon helfen? Ja, bla bla bla. Mach mal einfach mal. Ohne andenken du davon. 700 geht eigentlich. Gründer Pilz zu. Die ganze Zeit getragen. Immer zu. Nun geht schon. Gut, ich kümmere mich drauf. Hört auf immer was dazu zu sagen, Alter. Ihr nervt mich. Ja, also geht doch. Komm her da. Hör auf weg zu deinen Anah. Ihr wollt mit mir über die Liebe reden? Wow. Ich würde sagen, Verliebten müssen sich Geschenke machen. Wie wichtig er einem der Partner ist. Nein, es geht um die fucking Mission, man. Olga ist immer so nett zu mir. Meint ihr das liegt daran, dass sie auch einsam ist? Es interessiert mich alles nicht. Ich habe Zigarette. Oh, ich danke euch. Es tut mir ja so leid. Ich werde sie nie wieder auf gefährliche Abenteuer schicken. Nichts auszudenken. Ja, du kriegst mal gute Dinger, ne? Mir fehlt trotzdem, dass der Milchestahl sei. Oster, er soll da so mit den Reuten reden, ne? Warte mal, kann ich mit dem tauschen? Feldkappe, behalte deinen Scheiß. Stachelschutz? Äh, der will elf haben, ne? Klopfkiste habe ich nur... Ja, da kriegst du halt den Scheiß. Tauschen? Toll! Ja, kann man es so sehen. Das sind nur rote Flügel. Schau an das! Jägerstiefel. Jetzt tauscht mir was gescheites ist, ja nicht nur diesen Müll. Alter, bleib mal hier, du kleiner Mistkerl! Äh? Warte! 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 Da! Oh, er möchte jemand tauschen. Ja, aber ich will nicht euren Scheiß haben, Alter. Ich will was richtiges... Ich will das richtige Zeug haben. Warte, aber vielleicht kann ich mit der reden, dass die mir was sagt. Oh, hallo! Kann gar nicht denken, welches Bett? Aber soll ich noch wünschen? Das ist auch Wettstreit und grunst der Bewohner. Aha. Okay. Der kleine Penner, ne? Mit dem hab ich so probiert. Ja. Okay. 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 Kann ich das irgendwie nachschauen? Sammeln Items. Items. Äh. Das sind die Kristalle. Sammel Zeugs. Ist das sortiert? Plattgeheimnis. Stadtseite. Typ seltsam. Region Tefrahöhle. Okay, okay, okay. Tefrahöhle. Da ist die Tefrahöhle. Keine Ahnung, gehen wir einfach mal da in die Mitte. Irgendwas wollen wir da schon finden. Aber dann killen wir einfach irgendwas, um zu sagen wir haben es gekillt. Achse, mir soll die kleinen Scheiße da auch noch wegen irgendwas kalt machen. Durchmantel. Durchmantel. Boah, auf acht. Das stimmt, das war ja irgendwie irgendwas andern. Das ist auch noch Mist. Ah doch, jetzt hat es stöte Scheren war anscheinend. Ja, 1200. Wie geil. Der muss ja auch sterben. Ja gut, machen wir mit einem Schlag kalt umbauen. Ja, der hat wahrscheinlich auch irgendeinen Scheiß, den er mir gibt, oder? Sehr gut, nächste Erfüll. Oh Mann. Ich bin so gut. Du musst trotzdem verdammte Stahlseife finden. Kann ich das eigentlich markieren? Nein, wegwerfen bist du bescheuert. Ich brauch da zwei davon. Höhle, tauche, Höhle. Ich hoffe, wir finden schnell eins. Ich hab keinen Bock jetzt da ewig rumzusuchen. Warte mal, war ich da noch nie? Durchmantel. Achso. Ah, okay. Jetzt ist der Bereich frei. Ja, was wüssten. Versprengen mit dem Monster den Weg. Dann gehört sich Turan. Helfen. Problem lösen. Viecher killen. Töten. Töte Viecher. Töten. Töte Viecher. Du töten Viecher. Ich gebe ein Belohnung. Wow, ernsthaft? Ich gebe lieber einen Stahlseife. Ja, das ist ein Glückshase. Warum gebe ich lieber einen Glückshasen? Ein verdammtes Stahlseife. Höhlenratte. Ich gebe euch gleich eine Höhlenratte. Was wird denn der von mir? Merke Säger. Wir machen eine große Team. Was ist das jetzt? Was such ich eigentlich? Was für Arme Kinder? Himmelsfalter? Hellfeige. Ich habe immer noch keinen Stahlseife gefunden. Warte mal, wie komme ich denn eigentlich da hin? Oh, da hinten kann ich rumlaufen. Oh, da hinten kann ich rumlaufen. Himmelsfalter. Halleluja. 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 Schienbein Gekko. Alter, ich will nicht ständig nur irgendwelche Fischersammeln. Schienbein Mulch. Macht es auch nicht besser. Kniescheibenfest. Jetzt wird es langsam lächerlich. Kniescheibenfest. Alter, ich will auch nur ein dämliches Stahl sein. Ernsthaft? Stahlseite. Sehr gut. Ob die da immer auftaucht? Ich denke schon. Schu-Schu. Aufbauen. Wohnhäuser. Go. Schaut so winzig aus. Alright. Wiederaufbau. Bevölkerung 17. Äther-Kollektoren in Ordnung. Aufbaustufe 5%. Mir fehlt dafür alles was. Kuttelbrett. Hason. Duftholz. Fossilaffe. Regenelement. Hinweise. Speziell 1 Tipps. Wohnhäuser, Geschäfte und Natur. Spezielle Orte machen. Blablabla. Ich bleibe. Versammlung. Blablabla. Langweilig. Wollen wir was? 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 Nebula. Nebulae auf dem Bionis Bein. Okay. Das andere Zeug habe ich schon. Äh. Wasser Nebula auf dem Bionis Bein des Bionis. Äh. Äh. Nebula hört sich nach Wassergebietern. Ich bin schon ein schlaues Kerlchen. Ich bin schon ein schlaues Kerlchen. Oh ja. Sehr gut. Ihr wisst wo der Hase, wie der Hase läuft. Das ist die Frage. Die Frage, wie finde ich jetzt die Wasser Nebula. Ich sehe die nicht oft nachts unterwegs? Und ich weiß gar nicht, ob die bei Schüttenden im Wetter da sind. Die würde ich dann mal vorsprühen. Und jetzt für die Höchstlichkeit der Wassernebula, stimmt's? Das ist ein Mist, Kerl. Nein, wir waren da unten nicht welche. Warum ist das so passiert? Keiner Windkristall. Das macht es nicht besser, dass ich immer noch einen Wassernebula suche. Achja. Gehen wir da hin. Gehen wir zu dem Wasser da hin. Weißer Singfugel. Das können wir hier machen. Erst wenn sie sich richtig mögen. Kippenleuchtkäfer. Alter, ich brauche doch bloß so einen verdammten... Was war das? Ich habe vergessen, was ich brauche. Jetzt hast du schon scheiße. Das gibt überhaupt nicht zu. Warte mal, in dem Wald bei dem anderen Ding war doch sowas. Ich könnte die Dinger da eigentlich auch meinen Angriff nehmen, ne? Du kannst mich, Alter. Ernest. Ernest. Egal wie Ernest ist. So, die sind doch hier immer irgendwo rumgeschwebt. Das zählt auch nix, Alter. Wenn ich sie nicht brauche, dann sind sie mitten in irgendeinem Kampf plötzlich dabei. Ja, hier wollte ich mich fertig machen jetzt, oder? Da ist ja echt nirgends eins. Vielleicht doch da auf der anderen Seite? Ups. Knarzt, knarzt. Hauptsache ich habe Würzkohl. Was ist da oben los? Ja, das sind ja die 75er. Ich glaube, die sind nicht so dafür da, dass ich die bekämpfe. Ich weiß nicht mal, ob wir bis zu dem Level kommen. Ich mache mich wahnsinnig. Wo ist denn die verdaubten Wasser Nebulas? Bis zum nächsten Mal. Hm. Ich bin mir noch zu der Insel, ey, und hab' ich keinen Bock mehr auf die Witter Nebulas. Wobei, wir könnten auch noch vom Anfang von der, äh, von der Valley schauen. Oh, muss ich aufpassen, dass ich euch hier nicht was vorkehren, ey. Zu spät abends, nee. Das kann alles passieren. Äh, fucking Uncor. Oh mein Gott. Nein, tu dir das. Sehr gut. Elementarfragment. Leckt mich. Das war so verdammt klar. Da ist eins. Wie greife ich denn das an? Du kannst nicht hier einfach jetzt rumschwimmen, du musst mitgehen. Kala, schieß. Kala, schieß. Kala, du hast eine Fernkampfwaffe. Ah, siehst du genau das meine. Was soll'n das? Okay. Schauen wir mal da, wenn wir zu den Wasserdingern gehen, ob wir da dann irgendwas finden. Da lang, da lang. Die sind auf jeden Fall Gegner im Wasser. Boah, shit, das sind ja die Großen. Aber keine Wassernebula. Alter, weißt du, in den anderen Gebieten, wo ich vorher war, wo ich sie nicht gebraucht hab, sind sie halt massig rumkauern. Hauptsache irgendwelche Trunklandkriegerinnen hier. Hm. Rissfall. Maguelsstraße. Grotte der Stille. Kommt das eigentlich alle Wassernebula? Kriegen wir da woanders mehr her? Okay. Schläft Choo-Choo eigentlich nie? Alright. Wohnhäuser 2. Nicht viele, aber Häuser werden gönnete. Kolonie 9. Und weiter Wohnhäuser bauen wir doch mit 2 Sachen. Hast du ein Dufthalz sollte im Sumpf unserer Torhalle zu finden sein? Mit einem dämlichen Umhören und... Keine Ahnung was. Ich weiß, dass man es nicht markieren kann. Dufthalz gibt es bestimmt bei... Bei den Bäumen, aber hier sind eigentlich überall Bäume. Ich hab einen Nebelbaum gefunden. Ja, so neblig... Hm. Was ist ein Nebula? Alter, wieviel Meter halt auf 25 aussieht. Ich müsste eigentlich die Ding mitnehmen. Das Ding ist, wir müssen es killen, bevor es kommt auf irgendeine dämliche Idee. Elementarfragment. Fuck. Alter, eigentlich sind ja überall welche. Ein Problem. Das Ding ist, wenn ich das nicht mache. Aber nicht nur die Beobachtung. Ich werde das alles geben. Ich liebe dich, weil ich nicht nur die Beobachtung. Ich werde dir das alles geben. Aber nicht nur die Beobachtung. Ich werde dir das alles geben. Ich fühle ihn wirklich. Ja! Mach dich! Ich glaube die Beobachtung. Ja. Ich bin jetzt fertig. ich kann so nicht aqua gegen aqua monster einsetzen leider tut es sich selber stark regenelement war eigentlich noch ein zweiter der warte ich bin dann vorbei dicke ich roll Okay. Dann machst du das auf das eine Vieh. Ach so, ja, er zählt jetzt auch als Gegner. Können wir jetzt töten, damit ich die Kiste aufnehmen kann. Ne, ich gebe ehrlich so, ich habe keinen Bock auf die. Ich wollte es jetzt eigentlich weitermachen, aber irgendwie Bergwarlak. Oh, das ist also im Spiel. Was ist das denn? Ich habe bei mir irgendwie ein Wind oder so. Schleimhörnchen. Was ist das Schleimhörnchen? Riff Nebula. Was soll ich fliegen über mir? Warte, wie weit denn noch? Erbtraube. Amethyst wandeln. Kann man mal machen. Sind das Bienen hier? Ach so, das sind wieder die, die wohl irgendwelche Sachen tragen, um was wegzubauen. Erhauen. Oder explodieren lassen oder irgend sowas. Aber er hat eigentlich relativ gut gepasst. Was sind denn so diese Truth-Helne? Dann soll ich eigentlich nur einen von den Truth-Helnen killen. Bogentrut haben. Oh, das war es schon? Ja, also die halten ja gar nichts aus. Ich habe jetzt 244 EP geblieben. Ja, so vieles ist mir. Einzutöten, drei zu killen. Bergenwisch. Ach so, ja. Ich kann ja... Ich kann noch einmal was werfen. Hier kommt mehr. Das sind irgendwie alle schön. Warte. Boah, was war denn das jetzt? Äh... Wieso, warum? Komm, was ist jetzt passiert? Ich meine, das zieht doch nicht mal so viel ab. Jetzt ist es Zeit. Ja! 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 Ja!